Wir sollen nur so Slime... Oh, hier ist mir schlafen. Ich dachte, das ist ein grauer Slime. Aber die gibt's ja nicht. Es gibt keine grauen Slimes. Graue, ja. Du hast nämlich... Komm her! ...zwei Herzen und einen Ball. Ah, Essen! Essen. Eiche! Essen, 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 essen. Wir haben immer noch Hunger, 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 Hunger. Ja, 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 ja. Wir haben kein Weizen, 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 Weizen. Du kannst doch eins anbauen. Ich bin zu faul, faul. Oh, hier ist ein Schwein. Schweine töt ich auch. Magst du Schweinefleisch? Ja. Ja, lecker Schweinefleisch. In Döner ist ja immer Schweinefleisch. Ich mag auch Schweinefleisch. Nicht was? Natürlich ist kein Fleisch. Was ist dann drin? Ja, natürlich grüner Fleisch. Ja, das weiß ich auch. Ich habe ein Haus ein bisschen verschönert. Wir haben immer noch Hunger, 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 Hunger. Nein, nur du. Ich nicht. Ja, ich habe minus drei Hungerbalken und ich habe so Hunger, weil ich zwei Herzen habe. Ja, und du kannst dich einfach töten lassen und hier wieder auftauchen dann. Okay. Ich habe sogar eine Tür gemacht. Aber ich lasse mich nicht von dir töten, ich mache Selbstmord. Ja, das würde ich auch hoffen, dass ich dich nicht töten muss. Ähm, ich glaube, ich beende dieses Video hier an der Stelle und ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt, 10 Abonnenten zwischen es geht weiter. Wie kommen wir wieder in unsere alten Welten zurück? Ciao. 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 Ciao.